Diese Videospiele wurden in bestimmten Ländern einfach gebannt. In China darfst du kein Animal Crossing spielen. Die ganzen Anpassungsmöglichkeiten sind nämlich zu viel Meinungsfreiheit. Pokémon Go ist dafür im Iran und Malaysia gebannt. Hier haben die Spieler nämlich während des Autofahrens gespielt und Unfälle gebaut. In Belgien wurde Mario Kart Tour verboten. Die kleinen Röhren, die als Lootboxen dienen, fallen nämlich unter Glücksspiel. Und das ist in Belgien beim Zocken verboten. Und zum Abschluss Venezuela. Hier sind nämlich so gut wie alle Shooter verboten.